Falls ihr euch gefragt habt, wie man klüger werden kann, die Tora im dieswochigen Tora-Abschnitt sagt uns, woher unsere Klugheit kommen kann. In unserem Tora-Abschnitt lesen wir, neben den Zehn Geboten und Kriatschma, auch, wie Moshe Rabbeinu sagt, Und ihr sollt es halten und tun. Denn das ist eure Weisheit und Einsicht in den Augen der Völker. Hier sehen wir deutlich, wie wir klüger werden können. Es kommt vom Lernen der Heiligen Tora. Jemand, der wirklich klug ist, wird immer versuchen, klüger zu werden. Moshe Rabbeinu sagt uns, willst du klüger werden? Lerne Tora! Wende nicht an deinen Freund, deinen Rabbiner oder deinen Familienmitglied, um eine neue Tora-Lektion zu beginnen, weil die Tora die Weisheit Gottes ist. Sei schlau, lerne Tora! Shabbat Shalom!